Hallo, na? Weiter geht's mit Super Mario Bros. The Lost Levels und diesmal werden wir Bowser fertig machen, ne? Also, ich denk schon. So, hier erstmal... Ey, nein, zu weit. Das ist nicht so schön. Naja. Komm. Das schaff ich jetzt schon. So, genau. Spring! So, und es ist hier ein Pixie, genau. So, auf den Borobo warten, denn damit er mich nicht hinterrücks angreift. So. Jetzt auf den Koopa drauf. So, und jetzt... Ah! Verdammt. Komm. Diesmal mach ich's aber wirklich... Naja, wobei... Ich sag mit dem übernächsten Continue. Doch, übernächster Continue wird's sein. Dann hat... Dann hat die Stunde geschlagen. Für Bowser. Endgültig. So. So, und jetzt hier wieder drauf. Na, guck, 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 guck. Oh, 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 oh. Yeah. So, und da drauf jetzt. So, und jetzt... Ganz vorsichtig. Ja, war klar. Das war so klar. Verdammt. Ich habe Angst. Warum muss hier eine Krake sein? Blooper, glaube ich. Blooper oder Blooper. Irgendwie so hießen. Und natürlich... In die... Stacheln. Nein. Warum wollte ich jetzt Stacheln sagen? Ähm. In die Feuerwalze. Ja, so war's. So, und nicht anders. Dann warten auf den Porobu. Und jetzt spring... Nicht drauf. Boah, irgendwas ist am Hals bei mir gerade. Self and Continue. Also noch 10 Leben. Also beziehungsweise noch 10 Versuche habe ich. Dann ist meine Prophezeiung wahr beziehungsweise widerlegt worden. So, und spring. So. Jo, passt langsam. So. Nein. Noch 9 Leben. Und das ist doch im Hintergrund. Das nervt langsam. So. Und jetzt noch drauf. So. Und jetzt springen. Dann noch hier hin. Ja, fast. Das war fast gut, Luigi. Aber auch nur fast. Ich frage mich allerdings, wie viele solche Abschnitte es hier gibt. Werden es 3 oder 4 sein? Ich glaube eher 4, weil 4 ist gerade. Ich weiß, es ist eine coole Begründung, aber... Naja. Ja, halt nicht. Äh, aua. So, und da drauf jetzt schon wieder. Und ich habe es oft vergessen, wie viel Leben ich habe. Drei, oder? Ich glaube, es waren drei. So. Und jetzt schnell. Äh, no. Egal. Ich sehe jetzt mal, wie viel Leben ich habe. Aber ich glaube, dass ich schaffe es nicht mit dem... Oh, what? Ich habe nur ein Leben noch? What? Wieso? So. So. Ach gut, noch geschafft. Aber ich glaube, ich bezweifle es jetzt langsam, dass ich es mit dem zweiten Continue jetzt schaffen würde, weil... So, wie ich mich jetzt gerade hier anstelle. Ne. Auf keinen Fall. So. Wow. Das war sehr knapp jetzt. Ich nenne ich es einfach Blooper, weil ich mir nicht mehr sicher bin, wie du heißen und Blooper klingt besser als Booper. So. Äh, 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 äh. Äh. So. Geschafft. Und das ist quasi schon mein First-Trial-Sorger gewesen. Äh. Ja, natürlich fliege ich hier im Blooper rum. Natürlich. Äh, äh. Und? Parakupa? Parakupa? Äh. Jetzt... Oh, oh, zum Glück, da ist eine Plattform. Ich hatte jetzt schon Angst. Äh. Äh. Äh? Nein. Jetzt muss ich das Ganze... Muss ich hier rein, dann, oder wie? Hä? Oder hier rein? Hä? Wo, wo, hä? Ich bin... Verwirrt. Ah, hier muss ich. Das war nicht eindeutig genug, ehrlich. Du, du... Schö, schö. So, und jetzt... Nein, 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 nein. So, schnell, 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 schnell. Ähm. Hatte ich das nicht schon gerade eben? Hä? Das... Das hatte ich doch schon. Okay. Nein. Egal. Ich bin jetzt verwirrt gewesen, weil... Das hatte ich doch gerade eben schon. Und ich bezweifle, dass sie das, äh... Dass sie... Ja. Halt, ne? Wow, das... Wow, das war knapp jetzt. Äh. So. So. So, gut, ich kann hier durch jetzt. Äh. Dün, 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 dün. Da muss ich kurz schauen, also... Ja. Nein, nein, geh weg. So. Ähm. Tut mir leid. So, jetzt hier weiter. Na. So, weiter geht's. Aber ich frag mich dann wirklich, wo muss ich hier halt, ne? So. Ah, wahrscheinlich muss ich da oben lang. Nein. Hä? Oder muss ich unten lang? Aber der Blooper kommt wieder. So. Muss ich dann wirklich unten lang? Okay, dann renne ich einfach. Ah, okay. Äh, äh. Ich hab Angst. Vor allem, ich hab Angst vor dem letzten Bowser jetzt. Wow. Ey, das war jetzt... Mies. So. Haben wir trotzdem geschafft. Ich würd gern noch einen Pilz haben, bevor ich hier... Zu Bowser... Komm. Komm. Warte, wie soll ich den jetzt tönen? Der war nicht auf einer Brücke. Verdammt. Ich muss einfach wahrscheinlich nur hinter ihm springen, so. Was viel leichter gesagt ist, als getan. Aber ich hab gerade gesehen, so schwer ist das Level hier nicht eigentlich. Also da waren die letzten Level schwerer. Aber das war jetzt dumm eigentlich. Und das klingt so unglaublich glaubwürdig. Unglaublich glaubwürdig, ja? Das klingt cool. Äh, wenn ich sag, das ist gar nicht so schwer, aber dann krippiert er im nächsten Moment. Ja doch, das ist ziemlich... Das ist ziemlich kredibil dann. Komm, sch-sch-sch-sch-sch-sch... Nein! Zu schnell. Du bist zu schnell gelaufen, Luigi. Warum? So. Ist ja aber cool, wenn ich das in diesem Part sogar noch schaffen würde. Wirklich jetzt. Und da erst acht Minuten... Achteinhalb Minuten gelaufen sind, könnte ich das sogar noch schaffen in diesem Part. Und dann wäre Lost Levels, glaub ich, auch beendet. Oder? So. Gut. Oder war... Oder waren da... Nein. Ich bin zu hoch gesprungen. Hätte ich ganz leicht angedrückt, wäre das nicht passiert. Wäre ich nicht gestorben, sondern wäre... Zur Höre gekommen. Egal. Aber... Naja. Ich hab's nicht geschafft mit meinem Versprechen diesmal. Aber ich bin zu Bowser gekommen. Das ist auch was. Das ist auch schon mal ein kleiner Erfolg. Äh... So, so. Und jetzt hier drauf. Na, fast. Mann. Ja, okay. Warum bist du jetzt nicht da reingegangen? So. Und springen. So, gut. Das ist sehr gut. So, springen. Wow, das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Mir fällt grad auf. Ist das nicht so viel einfacher? Ja, das ist viel... Ich bin dumm. Wieso hab ich das die ganze Zeit so gemacht, eigentlich? So. Ich muss mich beeilen, damit der schnell ausgescreent wird, nenn ich das jetzt mal. Wow. Das war sehr knapp. So. Aber das ist mies, sowas als klein zu machen. Aber dass man nicht mal die Möglichkeit gibt, groß zu werden. So. So, schnell, durch. Yo. Passt. Äh. Oder ist hier irgendwie so ein versteckter Pilz? Weil... Weil sonst ein bisschen mies. Wirklich jetzt. Naja, ich rau. Irgendwie, irgendwann wird's schon. Oh, wow. Wow. Wow, das war... So. Und geschafft. Was war hier jetzt nochmal? Da war irgendwas gefährliches gleich. Ja, genau. Ich weiß wieder. Die Schlucht. Äh, okay. Lava-Bäcken. Fast. Ist was das... Wow. So perfekt dazwischen zu springen, ist... Wow. Fast unmöglich. Komm. Ah, fast. Verdammt. So, und jetzt springen. Yo, das ist wunderbar. So. Ah. Ah. Wow. Ah, fast. Verdammt zu früh. Verdammt zu früh. Ja. Los. Und springen. Und weiter geht's, ne? So. Warten. So. Warten. Yo. Passt. Das ist doch schön. So, und jetzt einfach weiter. Und... Wieso geht... Wieso tötet er mich nicht? Also, wieso geht er nicht auf mich drauf, quasi, um mich zu töten? Kann er es womöglich weiß er gar nicht. So. So. Erstmal, ja. So. Jo, ich würde mal sagen, weiter geht's, ne? So ziemlich. Wow. Und warum greift der Pilz ihn nicht an? Sondern nur mich. Wow. Ich wollte gerade sagen, und auf geht's. Ja, so geht's zum Beispiel auch. So, und... Ey. Luigi. So. Wow. Das ist... Wow. Und dieses Donnerkroll nervt lange. Wirklich. Langsam, aber sicher. Und das ist ziemlich sicher. So, aber das hier kann ich langsam wirklich... Also würde ich jetzt mal behaupten, so. Dass ich das so langsam wirklich beherrsche, hier. Diese... Diese Phasen. Die erste und die zweite Phase sind eigentlich ganz... Also, Stage. Wie kann man das nennen? Wow. Ja, so viel zum Thema. Ja, aber die erste ist eigentlich an sich kein Problem. Sagt er. Und wäre fast gefallen. So. Ich meine, hier... Stellt kein Problem mehr da eigentlich. Ich meine, klar. Hier und da. Mach ich mal kurz einen kleinen Fehler, aber... Im Großen und Ganzen schaffe ich das jetzt schon. Ja, doch. So. Einfach hier runter. Lauf. Lauf, lauf, Luigi. Lauf. So. Aber ich... Ich wusste gar nicht, dass da nur ein Bock über mir quasi sein kann. Ja, das ist auch nicht so schwer, finde ich. So. Sag ich ja. So schwer ist das eigentlich nicht. Und... Wow. 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 Das war jetzt irgendwie knapper als es war. Also... Ja, genau. Das war knapper als es war. Ne. Das fühlt sich... Das hat sich knapper angefühlt als es war. Wow, 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 wow. So. Und... Jetzt. Ja, perfekt. Und hier ist gleich Bowser. Und... Schon wieder. Verdammt. Na ja, aber ich schaff's noch in diesem Part. Wirklich. So. Komm. Gut. Spring. Und sch... Zu schnell. Wow. So, und jetzt... Jo. Don, don. Jetzt ist kein Donnergrollen mehr. Das ist wunderbar. Lauf, Luigi. Lauf. So. Jetzt einfach hier weiter. Ne? Ne. So. Wow, ich dachte, ich hätte es vermasselt. Wobei, ich hab ne Idee, wo ein Pilz sein könnte. Wow. Ähm. Ja, okay. Oh. Komm, Pilz. Ach, Pilz sag ich schon. Pedalerpflasen, meine ich. So, und jetzt... Schneller drauf. Gut, und jetzt renn. Wow. So, und hier muss ich langsam aufpassen. Denn... Hier kommt ja gleich wieder das Lava-Becken. So. Hier ist es auch schon. Du, du, du... 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 Da. Spring. So. Und lauf. Yo. So, und jetzt geh runter. Dankeschön. Da, 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 da... Du... 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 Schnell. Jo. So, und weiter geht's, ne? 313 Zeiteinheiten. Ja, ich sage jetzt wirklich dazu lieber Zeiteinheiten, weil das sind keine Sekunden. Immer noch nicht. So, und jetzt hier. Blupa, komm her. Warum, Blupa, warum? Ja, das sieht gut aus eigentlich. Nicht so wirklich, aber egal. Immer positiv denken. Ne? So. Verdammt, zu früh. Ei, 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 ei. So. Ah, komm, weiter. Boah, ich dachte, ich werde zu früh gesprungen um ehrlich sein, aber okay. So, runter. Diesmal wird mich kein Blupa umbringen. So. Tatsache, der kann wirklich nicht auf mich drauf. Warum auch immer eigentlich. Ja, okay, wir haben ein bisschen fies, glaube ich. Äh, so. Äh, so. Ja, ja. Ho, ho. Nee, nicht runterdrücken. Bloß nicht runterdrücken. Ja. Und schon mal reingedrückt halt und zu früh gerannt. Menno. Aber das dauert jetzt irgendwie länger zum Game Over gehen. Das ist cool. Das gibt mir so ein Gefühl, so. Yo, du erreichst langsam was. Langsam aber sicher. Stirbst du. Äh, fast. Jo. Und jetzt springen und jo. So und schnell. Wow, das war jetzt sehr knapp. Wegen dem dummen, dummen P-Po-Bo. P-Po-Bo. Ja, P-Bo geht leider nicht. Ja, warum auch immer du jetzt nicht reingegangen bist, obwohl ich gedrückt hab. Obwohl es die ganze Zeit davor ging. Ach, ey, ey. Jetzt, jetzt spiel ich scheiße. Jetzt kommt so die Phase quasi die ganze Zeit, in Anführungsstrichen, gut. Also nicht direkt, nicht direkt schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Aber so halt, jetzt kommt so die Phase, jetzt spiel ich zu beschissen. Wie, okay, ich dachte ich würde jetzt da, äh, äh, halt, gegen ich springen. Gegen die Feuerwalze. So. Gut, genau. Perfekt. Almost. So, schnell. So, und jetzt mal wieder herlocken. So, und yay. So. Wow. Ich habe jetzt gedacht, dass ich es vermassel. So, und du sch... Ja, du stirbst sogar. Hä? Hä? Gerade eben hat es auch die ganze Zeit geklappt. Warum jetzt nicht? Wow. Ähm. Ja, genau. Warum hat es jetzt auch immer geklappt? So, nicht zu viel rennen, damit ich nicht in das Lavabecken falle. Und jetzt, genau. Du, du, du... Nein! Nein! Was soll das? Mein letztes Leben. So, und jetzt... Einfach springen. Jo. So, und jetzt einfach warten. Jo. So, auch auf die Pflanze warten. So, und runter. Jetzt schnell durchschwimmen. So. Durchlaufen und hier durch jetzt. Ja. Dum, 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 dum. So. So. Und den Blooper töten, genau. Hä? Wie betätige ich immer den Schalter? Also den Block meine ich. Nicht den Sch... Sch... Schalter. Teher. Nein! Komm, ich muss es noch in diesem Part schaffen, Bowser zu besiegen. Ich möchte... Ich möchte nicht... Ich möchte nicht eine ganze... Ich möchte nicht eine halbe Stunde ganze Zeit nur am Failing sein. Ich möchte auch ein kleines Erfolgserlebnis haben. Abgesehen davon, dass ich Bowser gesehen habe. Aber das klingt irgendwie so, als ob der ein Prominenter wäre oder so. So, ja, ich habe Bowser gesehen. Woohoo! Boah, ey, meine Stimme kackt ab. Zu früh. Nein, doch nicht. Gut. Aber ich weiß schon, wie ich das meine. Warten und durch. Was ich wirklich komisch finde... Luigi kann unter Wasser atmen. Aber, wenn er ins Wasser springt, ist er tot. Das ergibt keinen Sinn. Jetzt auf den Plupa drauf. Jo. Oh, 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 oh. Wow. Go, sch, sch, sch. Hä? Was habe ich jetzt anders gemacht, als vorher? Jetzt mal ernsthaft. Was habe ich jetzt anders gemacht, als vorher? Das. Muss ich vielleicht den Schalter aktivieren? Also, nicht Schalter. Wieso sage ich ganz entscheidend da? Und warum? Och, Mann. Ich sehe es schon. Ich werde nichts mehr erreichen. Aber das war auch so in Super Mario Bros., dass ich in 8.4 die ganze Zeit gehängen habe. Oder? War es das richtig? Äh, ich weiß es nicht, ob ich es soll. Dass ich da hing. So, ja, doch. So, und jetzt auch mal weiter. Ich auch. Und weiter geht's. So, und jetzt. Ich kann einfach so noch locken. Und jetzt. Ja, durch. Yay. Aber jetzt erst mal, was habe ich jetzt? Muss ich den, muss ich den, äh, Block aktivieren, oder wie? Okay. So. Ja. Anscheinend muss ich es nicht, aber... Joa, man sagt einfach mal, joa, mach es einfach mal so, weil du es kannst. Und jetzt aber, ja, gut. Und jetzt einfach aufpassen. Denn, jetzt ist ja wieder Bowser. Und. Ja. Geschafft. Ähm. Okay. Was? Hä? Willst du mich verarschen, Bowser? Ah! Noch geschafft. Oh mein Gott. Oh. Mein. Gott. Bitch. Yay. Halleluja, ich hab's geschafft. Joa. Joa. Danke, Luigi. Das Königreich ist safe. Jetzt versuche ich eine... ...mehr schwierige, schwierige... ...queste. Schon... ...wieder? 9.1. Also ist das Spiel nicht durch. Okay, dann machen wir weiter. Ähm. Okay. Ich dachte, das wird so eine Warp-Roll. ...wieder. Wow. Du-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Ähm. Wieso kann ich die Blöcke nicht betätigen? Ähm. Okay. Los. Na, schade, geht nicht. Ach, Mann. Ich dachte, ich würde es noch schaffen. Ja, okay. Dann frage ich mich... Ja, wie ist denn weiter? Also... Ja. Mach ich das noch dann quasi zu Ende, ne? Also halt, so viel wie eben möglich. Hammer, Bruder. Unter Wasser. Ich denke, ihr spinnt. Ähm... Okay? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So, aber, ich würde mal sagen, das war Super Mario Bros. All Stars für heute. Ich begleite mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Tschüss.